Wir sind bei Battlefield 1 natürlich wieder mit den Kollegen Antica und werden jetzt erstmal zum Reinkommen wieder eine Runde Eroberung mit euch zocken. Sollten aber natürlich vorher in die Gruppe gehen, was wir natürlich wieder vergessen haben. Lädst du mich ein? Ja, Standard. Erstmal einladen hier. Vielleicht spielt der Spawn da auch mit? Ich hab's dir jetzt mal alle eingeladen. Mal gucken, wer jetzt erstes reinkommt. Ah, ich bin heute schon drin sein bei dir. Ja, was tun. Das ist alles standardmäßig korrekt. So, wir spielen jetzt Eroberung. Wo? So, da wollen wir doch mal. Ja, vielleicht so. Alles her. Ich glaube... Boah, jetzt fast eine Woche, ne? Boah, locker. Ich glaube eine Woche, ja. Also für mich nicht. Ich glaube, ich hab gestern oder vorgestern gespielt. Das Video muss ich dann auch noch hochladen. Ja, gut. Ich hab, äh, Overwatch halt geändert, ne? Guck mal, es gibt Kiste Version 12 und Version 13. Ich mach jetzt mal eine Version 13 auf. Okay. Und? Boah. So, das wird übrigens jetzt bei mir. Also bei FAMATIS ist es wahrscheinlich die letzte Aufnahme mit, äh, dem Headset-Mikrofon sein, da ich mir ein, äh, Kondensator-Mikrofon mit entsprechendem Verstärker etc. zugelegt hab, damit wir noch schönere Sprachqualität für euch zur Verfügung stellen. Alles für den Kanal. Uh! Zu viel Geld. Ja, alles klar. Du arbeitest da, wo ich arbeite schon. Okay. Ja, aber wenn Facebook folgt hat, das... Also dürfte das Video vorhin noch schon gesehen haben. Nur der, äh, Verstärker ist leider noch nicht angekommen. Deswegen, darauf warte ich jetzt noch. Und dann, äh, wird das auch, äh... Bombe. Noch besser werden, aha. Bombe wird das. Ja, ich bin mal gespannt. Also sobald er meint, das ist alles gut so, dann denke ich werde ich da auch mal aufrüsten. Schauen wir mal, wie wir das am besten machen. Ja, wir haben noch Ende des Monats. Mein Lohnstreifen ist schon da und deiner? Ja, meiner noch nicht. Erstmal hier reinkommen ins Game. Ja, ich brauch so lange. Aber ich will mal diesen Sturmsoldaten hochziehen und das MG muss ich auch noch hochziehen. Irgendwie habe ich alle, bin schon Level 40 und hab noch keine richtig auf 10. Könne ich. Ich weiß nicht, das ist irgendwie voll ätzend so. Ich spiele auch mal hier. Ich finde die beiden Endwaffen echt voll interessant so. Erstmal C markiert. So auf Standard, verstehst du? Aua. Ja, der Sniper da oben, ne? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich voll den Hit gekriegt. Ja, gerade. Boah, erst mal kurz hier liegen bleiben. Außer gibt's hier ein Medec. Medec. Hier kommt's doch wieder kein Problem mit. Ja, ist klar. Ja, ich glaub da rüberjumpen ist nicht so. Den Sniper da oben haben wir. Korrekt. Ich jump jetzt mal rüber, rechte Seite. Dumm, 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 dumm. Und krieg ich auf die Fresse, ja! Steh unter Beschuss. Erstmal ne Granate. In der Weg. Kommst du auch rechts? Nein! Ah! Hm! Schade. In der Hütte, da kommen zwei. Einer, der steht genau an meiner Leiche. Jetzt kommt er raus. Okay, kannst du mich hier? Ah, schade. Schade. Man merkt ernsthaft, ich habe lange nicht mehr gezockt. Er steht direkt vor mir, hat mich erst gar nicht bemerkt und ich treffe ihn einfach nicht. Ja, gut, kann passieren. Weiß ich nicht. Oh, warum steige ich aus? Trottel. Trottel! Egal, wir nehmen jetzt erstmal A ein. So auf ganz diskret. Boah, Nate. Ich denke, ich habe mich auch gut durch. Boah, schon wieder ne Nate. Was ist hier los? Voll Party. Ach, wisst. Zwei Stück von rechts. Zwei, drei Leute ungefähr. Ich versuch mal, über die Einzelsteigen, wenn es geht. Ah, ne, hinter dir. Hm, schade. Ja, komm, steig da rein. Nein! Schade. Ich habe mich gleich gesehen, da hinter der Kiste. Ah, schüttend. Hey, nerf. Na, egal. Hey. Boah. Ey, ich verstehe das nicht. Man spawnt ganz weit rechts bei C, ja. Ist doch klar, dass man da sofort ne Sniperkugel abkriegt, ey. Leider auch wieder Kugel geteilt. Gib mal Heal. Bombe. Und jetzt rum. Dum, 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 dum. Ja. Ah, was? Ey, krass. Kannst du dich wiederbeleben? Nein, ich bin nicht bei dir gerade. Ah, schade. 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 Schade-dön. Hade, schade. Hade, das wäre nicht schade, blüger. Du bist brutal, ey. Na, das ist so krank. Brutal und so. Boah, eigentlich wirst du hier mal die Mauer wegmachen. Dann wäre das nicht so schwierig, hier reinzukommen. Boah. So, wie er schrubt. Boah, hier ist richtig Putty bei B. Ich weiß. Ich sehe gar nicht so viel Gas. Mann. Äh, die M.P. ist echt ein bisschen mehr zum Spying, glaube ich. Boah, hier ist richtig Putty. Alter. Von Trümmern erschlagen. Wer, du? Na ja. Irgendwas abgekriegt, keine Ahnung. Boah. Boah. Ach, muss ich doch besser dann rocken. So ist es so Squid-mäßig, kannst du hier echt nicht um die Häuser ziehen. Boah. Ups. Linke Seite ist Putty. Boah. Ah, jetzt weiß ich auch warum. Feuerrad ist zu gering. Boah. 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 Ja, jetzt krieg ich da wieder den Kill ey Oh, irgendwas runter hier Wahrscheinlich viel, ups Ja, ich würd doch weiter gehen, aber Weiß nicht, wieso mit einem MP, da kommst du echt nicht weit NEIN Boah, er fällt nicht um ey, mein Gott Was ist da los, Aua Ich hab einfach schon so viele Was? Ich hab einfach schon so viele Hilfe zählen als Kill, ne Unnormal Läuft bei dir Ein Stück oder so jetzt schon Du bist der beste Sanitäter Wey Wey Tatsachen Boah Boah Du hast halt eher das Denken ansprechen Ist so, ist so Ja, komm her, komm her, komm her Warte Was? Verlieren B Und verlieren B Und verlieren wir B Guck mal wo der sitzt Ah shit Keine Ahnung wo der sitzt Ah, Lukas ist auch drin Korrekt 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 Da kommt schon gleich noch die S Rechte Seite irgendwas Ist richtig Kaliverie Party Hab ich Ne, ne, kommt bestimmt gleich So, okay So, okay Boah Oh, jetzt ist wieder voll die Partie da, ne Ja Echt? Ja, schwebt nur ne Wache rum und schießt alles ab Boah, Lukas, du bist voll leise Zufällig Bad Company, ja, ne Ja, jetzt mal ohne Witz Ja, das ist Bad Company, der hat 37 Kills und einmal ist der erst gestorben Und der hat mich nämlich gerade auch ohne ne Waffe gekillt Ich hab die gerade ausschneiden Nein, ihr fliegt mit Waffen Ich weiß, was aber der Witz daran ist Also ohne irgendein Kerl, ohne irgendein Ey, Lukas, mach die mal irgendwie, weiß nicht, lauter oder so, man versteht echt kaum ein Wort Weiß das, was das ist Wege, wenn trotzdem Sanitäter, tu deinen Job Frieda, belebe mich doch Ey, jetzt retter weg Ey, mein Gott, man bleibt schon echt so lange liegen und so und, weiß nicht Die Sanitäter machen ihren Job nicht Ich weiß es ja, ich baut gerne auch eine neue WG hinter dir, Lukas Wir haben B verloren, Jungs, was ist da los? Wir haben B verloren, Jungs, was ist da los? Was ist da los? Was ist da los? Wir haben noch nicht mal Hilfe zu killen Boah, rechte, linke Seite Richtig krank Jaa Durchziehen, durchziehen, durchziehen Hups, Arschrocken Ah Da kann man ja das Fenster bedocken Ich schütte natürlich nur mich in allerhandel Ich schütte natürlich nur mich in allerhandel Überseite, Überseite Riese Geschichte, Alter Jaa Ey, nein, Alter Was ist da los? Scheiß Gas Ey, das geht's ja gar nicht Jaa Ah, jetzt weißt du auch, warum die alle rausgehen Jaa gut, das heißt, das werden wir glaube ich doch nicht gewinnen, weil Zehn Mann weniger Wäre aufgefallen mal eine Maßnahme Aber warum? Jaa, weil ein Hacklein drin ist Mir noch nicht aufgefallen Jaa, guck mal, dann guck, dann guck, dann guck mal auf, äh, mach mal 85 1 Ah, ehrlich Der Typ existiert gar nicht Das ist einfach nur ne Waffe, so gesehen Wie jetzt? Da fließt nur ne Waffe überm Spielfeld Direkt am Spawn Schießt alles ab Laber nicht Ja Ich weiß, warum ich gerade auch am überlegen bin zu Ich seh hier einfach nur Totenkopf, 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 Totenkopf Ja, der ist direkt am Spawn Wir haben eben nur noch eine Base und das wollen wir die ganze Zeit Der hat ne Bar und der fliegt mit ne Bar da rum Ah, ich seh schon die Kugeln Das ist das dümmste Kugelraum Du kommst gar nicht mehr da weg Ah, ich hab ihn getroffen Also, den gibt es, oh ne Er fliegt oben in der Map Ach, der ist unsichtbar auch Läuft mit der Pistole und macht mich Das ist nicht immer Der hat dich getötet Jaja Ey, wie behindert ist das denn? Also für jeden der das Video hier sieht Ja Du kleiner Pisser ne Ich hoffe du wirst von jedem geschlagen Ja Ja Leute, wenn ihr das Spiel spielt, dann spielt es doch vernünftig Selbst wenn man mal verkackt und einfach nichts trifft Und nur aufs Maul kriegt Lass das Hacken sein Das bringt doch gar nichts Ja doch, ja schon Ja, ne, macht doch keinen Spaß Das sind eh welche Versager die in ihrem Leben Nix geschissen kriegen Und man hier in so ein Games Ja, der schießt wahrscheinlich auch gleich noch quer Ich bin der Panzer Ey, was? Und dann noch so ne Hey, warum gammelt denn da von denen noch so viele Baabungen? Ey, du kannst dich gar nicht töten Was ist das denn? Bleib liegen, bleib liegen Ja Ja Was ist das denn für eine scheiße Aktionen jetzt hier? Ach Oh mein Gott Ja, hätten sie das echt mit einer Panzerbüchse weggemacht? Jo Und sie haben Arno nur mal eingenommen? Hundert Acht 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 Come on Ach so doch Aber ich zieh jetzt gleich zu B durch Guys, let's go, stop camping guys Go Ja, was für stop camping, Alter Was ist los mit denen hier? Ja, weiß ich nicht Ich bin ja sonst nie für aufgeben oder so, ne? Aber gegen einen Unsichtbaren habe ich keine Chance Ja, das ist korrekt Sollen wir rausgehen? Und dann die Aufnahme schon beenden, oder was? Ja, würde ich sagen Dann starten wir nochmal für Neues Kurzes Ding machen wir rein als Cheater Fertig Na krass Ja, bringt ja so nichts uns Das macht mir persönlich keinen Spaß Ich brauche nicht mit Leuten spielen und jemandem Punkte geben Und selbst meine KD versorgen, nur weil er Ja ok, du bist ja gerade so schön in Rage Dann darfst du jetzt noch das Outro machen Äh, ja Schön, dass ihr wieder dazu geschaut habt Alle zusammen Wenn ihr diesen Penner kennt, gebt ihn von uns allen mit Ist ein Arschloch Ja, ähm Ich würde sagen Wir machen jetzt direkt noch ein nächstes Irgendwie gucken, dass wir das an einem Tag wohl haben können Oh! Auf jeden Fall Ja, Panzerzug Was willst du denn jetzt mit einem Panzerzug? Ja, gut Ich würde sagen, ne Abonniert uns Schreibt eure Kommentare zu dem bescheuerten Hacker dazu Ne? Und Macht's gut Ja, genau Ja, genau Und